Die Artenvielfalt garantiert eine Stabilität unserer Ökosysteme und wir sind auch Teil der Ökosysteme. Nationalpark Donauauen, ich bin mitten in den Vorbereitungen zum Bank Austria Future Talk am 15. Mai. Das Thema dieses Mal Biodiversität, die Vielfalt, die uns am Leben hält. Wir sprechen mit Expertinnen. Würde mich freuen, wenn sie auch dabei sind.